WDR 4, meine Lieblingshits. In diesem Jahr haben wir uns ja übrigens gedacht, wir kommen sie mal besuchen. Unsere Moderatoren sind auf Tour und sammeln ja quasi ihre Musikwünsche persönlich ein. Und Ute Schneider ist heute mal auf der Spur der verlorenen Diamanten. Oder richtiger, sie ist zu Besuch bei der Band Donnie and the Diamonds. Das ist eine Kultband, nicht nur in Soest. Und Ute, du, ich hab da so ein Bild im Kopf. Du, umgeben von lauter Edelstein. Ja, das ist ein Dienstagmorgen nach meinem Geschmack, ehrlich gesagt. Diamanten am Dienstag, da hab ich mich natürlich sehr gefreut. Und jetzt sitzen sie hier. Vier Diamanten, den einen wollten wir eigentlich aus Südfrankreich zuschalten. Aber das hat leider nicht geklappt. Deshalb vier Diamanten sitzen hier und machen gleich auch tatsächlich mit mir Musik. Also es läuft. Donnie and the Diamonds, die Band gibt es gefühlt schon immer, oder? Hier ist der Klaus Fischer, der hat mir aber gesagt, es gibt keinen Fallrückzieher. Morgen. Nein, Fallrückzieher nicht, aber das werde ich jedes Mal gefragt. Die Band gibt es gefühlt wirklich schon von immer. Aber gegründet wurden wir tatsächlich 1999. Und das war so ein bisschen ja eigentlich wie eine Boyband. Das heißt, sie wurden zusammen gemixt. Ja, das ist richtig. Unser früherer Schlagzeuger, der hatte die Idee, in Soest ein Musikfestival mit Oldies aufzuziehen. Ist dann mit zu unserer Tageszeitung zum Soest Anzeige gegangen. Und hat dort offene Türen eingerannt. Und dann wurde gesagt, ja, wir nehmen also irgendwie eine bekannte Oldtimer-Band. Und dazu müssen wir eine lokale Band haben. Gab es aber nicht passend dazu. Und dann wurde gesagt, ja okay, dann suchen wir Leute zusammen, die also schon seit ewig Musik machen. Und gründen extra dafür eine neue Band. Und so sind wir da 1999 geboren worden. Und das hat so gut gepasst, dass sie immer noch zusammen sind. Aber es wurde zwischendurch ein bisschen verjüngt. Aber man muss sagen, einer der Jungen hatte Rücken. Und zwar der Meinholf. Aber er ist wieder fit heute Morgen. Bestens. Wie ein Jungbrunnen. Er ist die Treppe hier zum Keller runtergehüpft, würde ich fast sagen. Es gibt über 100 Songs, die ihr drauf habt, habe ich gehört. Ralf, 100 Songs. Hat man die einfach so drauf oder muss man da immer mal wieder doch gucken? Ja, es gibt viele Stücke. Die kann man aus dem FF. Die hat man tausendmal gemacht. Aber einige, da hat man sich dann doch ein paar Notizen gemacht, dass man dann auch mal eben gucken kann beim Spielen. Was kommt jetzt? Was kommt gleich? Das ist dann doch ein bisschen sicherer. Also wir spinksen jetzt hier. Und dann gibt es gleich Live-Musik aus dem Keller von Soest. Da hast du uns jetzt schön neugierig gemacht. Ute Schneider, unsere Reporterin der WDR 4 zu Besuch. Bei der Band Donnie and the Diamonds meldet sich später gegen 10 vor 1 nochmal. WDR 4, die Top 444. Unsere Reporter sind im Lieblingsland unterwegs und auf Stimmenfang in diesen Tagen. Ute Schneider ist heute zum Beispiel in Soest und hat sich mit der Coverband Donnie and the Diamonds verabredet. Und gemeinsam geht es jetzt mit Tim abwärts. Ja, nur in Keller. Also im Keller in Soest ist es ganz schön schön. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen beschreiben. Hier hängt ein schöner Teppich an der Wand und dann ist da natürlich ein riesen Mischpult. Ganz viele Instrumente. Und ich glaube, der Keller war noch nie so aufgeräumt wie heute für mich. Hier ist zum Beispiel ein Sofa. Ich glaube, das ist seit 20 Jahren nicht mehr so gewesen, dass man sich setzen kann. Aber heute Morgen für mich ist es echt gemacht worden. Und da muss ich sagen, gibt es von mir, ich kann jetzt nicht klatschen, weil ich das Mikro in der Hand habe, aber gibt es natürlich Applaus. Der Älteste in der Runde ist der Donnie. Der ist 78, das ist der Sänger. Der hat uns gerade hier schon ganz tolle Fotos gezeigt. Da waren Sie früher ja wirklich schwer im Einsatz. Wie sehr geht das noch mit dem Hüftschwung auf der Bühne, wenn Sie unterwegs sind? Ja, es ist nichts so wie vorher, aber es geht noch. Jetzt habt ihr die ganze Zeit natürlich leider nicht spielen dürfen, wegen Corona. Wie war das jetzt, Ralf? Habt ihr trotzdem geprobt? Muss man fit bleiben, damit man für den Einsatz dann auf jeden Fall wieder sofort starten kann? Ja, zusammen. Das war eine Zeit lang ja ganz schlecht im kleinen Keller. Also ich habe für mich eigentlich fast jeden Tag ein bisschen Gitarre gespielt. Immer mal ein bisschen in Kontakt mit den Kollegen, dass man sagt, die Finger sollen ja dann auch hinterher noch funktionieren. Normalerweise ist das ja so, dass Fans auch eine ganz große Rolle spielen. Wie sind denn eure Fans so, Klaus? Habt ihr welche, die auch kleine Sachen auf die Bühne werfen? Also wir haben natürlich ein Stammpublikum, altersangepasst, sollte man vielleicht auch sagen. Also das ganz junge Volk, das ist eher selten bei uns. Und auf die Bühne wurden auch schon Sachen geworfen. Hast du die noch? Nee, habe ich nicht. Habe ich mir gedacht. So, jetzt wollen wir natürlich auch was hören. Ihr spielt natürlich auch ganz viele tolle Sachen aus den 60ern und habt ihr auch was rausgesucht. Welchen Song spielen wir? Wir spielen jetzt California Sun, ein Surfrockstück von den Rivieras aus dem Jahr 1963. Vier Diamanten und ich. Und ich komme endlich groß raus. Das habe ich mir immer gewünscht. Und ihr werdet gleich hören, mein Einsatz ist am Schellenring. Jungs, wir legen los. Ich sehe da eine ganz große Karriere für mich. Ja, das fetzt. Das ist die Ute bildlich vor mir. Klasse. Mit der Vier-Reporterin Ute Schneider mit der Top 444 auf Tour in Soest heute. Mit der Band Donny and the Diamonds. Und gleich hören wir bei Bernd Brüggemann ab 14 Uhr, wie es dann mit Ute-Band-Karriere so weitergegangen ist. Ute Schneider, die ist für die Top 444 in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs. Heute Vormittag im Keller von Donny and the Diamonds. Sie hat sich da Lieblingshits vorspielen lassen. Naja, und Ute träumt ja selber davon, ganz groß rauszukommen in einer Band. Und, also, sie hat das heute mal probiert, jetzt nicht ganz als Frontfrau. Aber man hat ihren Schellenring, also einen Tambourin, in die Hand gedrückt. Und ich denke mal, wir blenden uns da ein. Sie werden Utes Einsatz mitkriegen. Und ich denke, sie werden mir zustimmen. Das war schon sensationell. Also, ich glaube, so ganz überzeugt sind die Jungs noch nicht, ob ich wirklich das nächste Bandmitglied werde. Aber ich arbeite da dran, muss ich halt sagen. Und ihr arbeitet ja am nächsten Auftritt. Klaus, ich habe gehört, da könnte demnächst was gehen. Ja, das ist richtig. Gestern Abend bekam ich eine Anfrage, ob wir am 16. Oktober in Soos im Bürgerzentrum auftreten können. Da ist eigentlich ein Kneipenfestival geplant gewesen. Das musste leider wegen Corona abgesagt werden. Und nun war der Termin frei. Und dann hat man uns gefragt, weil wir ja im Moment gerade so populär sind. Ja, so wurde das begründet. Ob wir denn das spielen können. Und wir arbeiten jetzt ganz kräftig daran, dass wir dann auch auftreten nach fast zwei Jahren das erste Mal wieder für unsere Fans. Und ich gucke mal in meinem Terminkalender, ob ich nicht doch einen Termin frei habe. Weil ich finde es, also ich hätte es drauf, glaube ich. Ihr habt ja schon auch mit ganz vielen Prominenten gespielt. Wer war zum Beispiel der Prominenteste, wo du so sagst, diesen Auftritt habe ich noch in Erinnerung. Das war der Wahnsinn, Ralf. Aber für mich, also aus meiner Zeit, das war der Andy Scott mit seiner Sweet Band. Also das war schon beeindruckend, wie die das da auf die Reihe gekriegt haben. Da ist zwar jetzt nur noch der eine originale bei, aber das war schon beeindruckend. Also das heißt, ihr habt auch schon mit ganz Großen auf der Bühne gestanden. Ja, also wie gesagt, Sweet war dabei, Casey Jones war dabei, der kommt hier aus Unna, Don't Ha Ha war sein größter Hit. Spencer Davis haben wir mitgespielt in Soest. Das war schon eine aufwendige, große Sache. Das war richtig toll. Also ich bin hier in einem echten Promi-Keller, das merkt ihr schon. Und jetzt gehe ich gleich auf das Angebot ein. Es gibt Kaffee, Wasser oder Whisky. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, was ich nehme. Gut, auf den Fotos ist zu sehen, dass sie Kaffee und Wasser genommen hat. Aber ich meine, Fotos sind geduldig. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich Kaffee und Wasser genommen hat. Sie muss fit für morgen sein. Morgen ist sie nämlich in Hagen verabredet. Da gibt es dann vielleicht den Whisky. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Der Mensch, mit dem sie verabredet ist, morgen, das ist der Drummer der Band Extra Breit. Wir sind die ganze Woche über unterwegs. Heute war Ute Schneider zum Beispiel in Soest. Da hat sie die Oldie-Coverband Donny on the Diamonds im Proberaum besucht. Ja, und Klaus Fischer, der dort Bass spielt, der hat hier mal eine schöne Geschichte zu seinem Lieblings-Wunscher erzählt. Ich war in den 60er-Jahren zum Schüleraustausch in England. Und da gab es eine Gartenparty. Und da wurde ein Stück gespielt. Immer wieder und immer wieder. Das war schön langsam. Und man konnte so in die Büsche hinein. Und das war A White Shell of Pale von Procolarum. Und das wähle ich. Und als ich dann zurück nach Soest kam und das im Plattenladen kaufen wollte, hat man mich nur angeguckt. Wer, was für ein Stück, nie gehört. Und dann musste ich die Platte bestellen und habe drei Monate drauf gewartet, bis sie kam. Ich glaube, wir müssen die Ute noch mal zum Klaus schicken. Das mit den Büschen, das müssen wir uns, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären lassen. Aber egal, ob Grünzeug oder nicht, stimmen Sie ab für Ihre Lieblingshits aus den 60ern, 70ern oder 80ern. WDR4.de oder über unsere WDR4-App.